Guck, guck, so kleine Schlampe. Ist das ein Spieler? Das ist fucking Spieler. Der hat hier schon gelootet. Kleine Sackel. Erstmal muss ich mich hier tiefer insetzen. Was ist hier los? Da. Ich gehe unten rein. Kommt was? Ich höre was. Und was ist hier? Ich komme hoch. Ich habe den Mannsgab abgenommen. Durch den drücken. Ne. Es sah nur so aus. Kommt was? Ich komme hoch. Der muss hier schon dunkel machen. Oh. Wer läuft da mit Scaf Backpack rum? Brauchen wir das nicht? Ja, ich brauche das noch. Du nicht? Hast du das schon found in Raid? Ne, siehst du? Dann brauchst du das genauso. Gut. Ja. Ich denke du willst raus, wa? Ne, nicht unbedingt. Okay. Ich bin da nicht so auf den Gamma scharf. Den Kappa. Den Gamma hast du schon. Gamma, Kappa, Delta. Ich mag auch nicht, dass er das Scaf Backpack bricht. Vor allem hat er 5 Milliarden andere. Aber er zieht das Scaf Backpack an. Mit der roten Rundumleuchte hinten. Wir müssen auch weg. Hallo? Wir haben auch ein Recht zu existieren. Okay. Also Rishala ist auf jeden Fall nicht im 3er. Können wir noch rüber zum 2er und gucken, ob er da ist. Willas Wallet? Man, ich brauche das auch noch. Er hat's. Aber er will nicht raus. Willst du in die Mitte laufen oder willst du an der Seite raus? Das ist mega. Also es kommt jetzt noch an, was du willst. Willst du jetzt das saven? Damit du das Founder Raid hast? Okay. Auto ist da. Mal so. Geht das rüber. Rishala töten. Na gut. Das ist doch nur ein scheiß Kopf. Alter, hier war ein Spieler, Mann. Ach süßte. Weißt du auch was? Was? Halt die Fresse, du Kacklappen, Alter. Halt die Fresse, du Kacklappen, Alter. Ich mach mich kurz wieder für vier. Er wird nicht hoch sein. Glaub ich nicht. Fünfzehn. Okay. Boah, hat schon nur unser Leber dabei. Und ne kaputte Scaff-Waffe hat er auch dabei. Ja, sei froh, dass er dich nicht fertig gemacht hat. Mhm. Sei froh, dass er dich nicht... Spieler? Warte. Okay, warte, ich komm. Wo? Welcher Stock? Welcher Stock, wo? Außenseite? Innenseite? Zum Hof hin oder nicht Hof hin? Zum Hof hin. Nach hinten... Richtung... Scaff-Auto, ne? Ich schieß mal einfach in die Dinger rein, hier. Ich hab keine Granaten dabei. Kann ich außen lang rein? Ich renne mal außen lang. Ja, du musst die Treppe eben außen. Ja, ja. Willst du holen? Ich höre nix. Zweiter Stock oben, ne? Ich mach mal kurz die Tür auf. Ist er aufgemacht? Hör ich nicht. Jetzt kommt das scheiß Flugzeug. Bewegt sich. Bei uns drin, oder? Ich bin tot. Oh, das war ich. Warum schießt du mich da dazu ab? Weil ich nicht gesehen hab, dass du aus deinem Raum raus bist. Ja, aus deinem Treppenhaus steht einer noch. Du wolltest nur noch das Portmanet holen. Nein, wollte ich nicht. Alter. Was? Ich hab drei Spieler irgendwo. Ne, eins. Drei. Ja, der weiß nicht, ob der noch lebt um den Deckel. An der Treppe. Hör auf, an der Treppe war noch einer. Ich weiß, ich loote doch nicht, du Vogel. Ich hab kurz im Inventar geguckt, Mann. Ne, ich glaub den hast du. Jo, den hab ich auch. Ach komm. Schon alles spür. Wir haben ja, ich hab dresus actually. Ich hab kurz in den Kippen. Na, ich hab dich noch nicht. Also bin ich mit in den Kippen. Das war's mir gefreng. Ich bin aber keine Aufmerksamkeit. Ich war immer aufsprach. Ich habe den Kippen. Hab die Jungs geklärtig. Ich hab vielleicht einen hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und übrigens ist die Dings, die Lootkiste immer noch unberührt da hinten, ne? Das ist doch kein Schwein gewesen Die Action scheint ja woanders zu gehen Dann geht's jetzt zu dem Portemonnaie Danke Es tut mir leid, Alter Ich hoffe zu lügen, Mann Nee, echt jetzt, Mann Weißt du, weißt du, wann ich wusste, dass ich dich gerade, äh, B und R schieße Als du so weit an meiner Tür vorbei warst Dass ich diesen dreckigen Skaff-Backpack gesehen habe Ich hab einen tot Ich hör hier was Ich bin am Lupen Was? Ich bin an der Waffenkiste Nee, ich bin an der Waffenkiste Achso, nee, den Nee, ist doch was Oben, 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 oben Die sind garst Ich glaube Ganz oben? Ja, oben hat mich auf jeden Fall was beschossen Tracer-Money Scheiße Ich hab gar nichts gehört Die sind oben Du musst aufpassen, nicht die Treppe, dass die runtergehen Wie viel musst du töten? Drei Drei Oben ist schlecht, ey Irgendwas ist gerade gestöhnt oder gestorben Oh mein Gott Ich bin Wir sind tot Ja, ich glaube Oh, jetzt rennen die alle draußen rum, oder was? Ich hab mich gerade selber mit einer Handkanade getötet Ich bin ein